hallo und herzlich willkommen bei the car crash review ganz am anfang bevor es losgeht wir sind zwischen bisschen selbstbewusster ihr seid hier gelandet bei der krone der schöpfung der automobil review kanäle bei the car crash review abonniert gern den kanal warum eigentlich krone warum car crash goat bei uns gibt es jeden tag ein neues review von der bezaubernden manchmal christlichen manchmal nicht christlichen jesse und von dem heiden von mir und das auto das ich euch heute vorstellt das haben wir euch schon als kombinationskraftwagen als kombi als shooting break gezeigt und jetzt kommt endlich die genesis g70 limo der hat scheiss schwer in deutschland warum die platzhirsche hier sind 3er bmw sind audi a4 sind mercedes c klasse und wir wollen dieser echt blauen schönheit hier mit dem 2,2 liter 200 ps diesel stehend in der ausstattungsvariante sport ja so ein bisschen unter die arme greifen weil ich stehe auf dieses auto optisch finde ich es bezaubernd warum erzähle ich euch in diesem review der innenraum ist modern trotzdem nutzerfreundlich heck antrieb hier natürlich wir schauen wie er sich fährt in diesem fahrbericht ist ja wichtig ich spreche über die wettbewerber über den preis über alles was euch zu diesem auto interessiert ich bin der jahren und dann gibt es einen kleinen kuss am anfang von mir für euch und dann mache ich ja was ich immer machen nämlich meiner objektophilen leidenschaft fröhn und das auto küssen und dann geht es auch los ja ganz am anfang bevor es los geht spreche ich natürlich ja über die krone der schöpfung der leasing vergleichs plattform nämlich goleasy was machen die jungs die vergleichen für euch unter den etablierten leasing anbietern und suchen den garantiert besten leasingpreis für euren traumwagen raus wenn es der g70 ist schaut da gern vorbei ist echt eine gute sache ja und genesis das ist die nobelmarke von hyundai und viele in der automobilbranche sagen mensch es ist zeit für eine nobelmarke die marke kommt jetzt nach deutschland kommt nach europa wir waren ganz am anfang mit dabei ich bin noch ein bisschen stolz denn wir haben euch den g80 vorgestellt wir haben euch den gv 80 vorgestellt das steht nicht für geschlechtsverkehr sondern eben für den suv wir haben euch den hier als shooting break vorgestellt übrigens kleiner einwurf kombi sagt man nicht mehr so kombinationskraftwagen ist wohl nicht mehr so sexy das schreibt es ja sowieso mit c hier heißt der dann shooting break kombi ist irgendwie out ich sage immer noch gern kombi weil jeder weiß dann wovon ich spreche jedenfalls waren das die ersten modelle die dann kamen und es wird auch noch ein modell geben was dann eben auf der plattform vom ionic 5 stehen wird oder dem kia ev6 ein vollelektrisches modell und ein weiteres vollelektrisches modell wird dann auch wohl 2023 kommen aber jetzt haben wir den hier den g 70 und es gibt noch ein gv 70 auto hier steht auf der plattform vom kia stinger das ist die c2 plattform motoren gibt es aktuell zwei diesel zwei benziner jeweils irgendwie mit und ohne allrad und dann wird noch ein sechszylinder v6 kommen wahrscheinlich und ich habe euch ein video gezaubert wie ich das oft mache und habe ein bisschen über das vertriebskonzept gesprochen und habe gesagt ja es gibt ein showroom in münchen in zürich in london da kann man sich tesla ähnlich dieses auto anschauen und naja es gibt so ein personal assistant da spart man sich natürlich so ein bisschen die werkstätten das ist schlecht auf der einen seite gut auf der anderen seite weil der sich um euch kümmert der holt euch das auto ab wenn es dann in die werkstatt muss der ruft euch abends immer an ob ihr irgendwie zufrieden seid damit und ich habe witz gemacht ich habe gesagt der kümmert sich dann noch um eure frau oder euren mann auch das tut mir leid an der stelle das geht nicht die marke ist genesis ist was christliches und jetzt wird es ein sehr christliches review ich habe über die wettbewerber gesprochen und die wettbewerber sind natürlich mit der mercedes c klasse mit dem audi a4 mit dem 3er bmw in deutschland brutal stark sind wir mal ehrlich die sind gut besetzt da gibt es tolle leasingpreise und umso mutiger finde ich von genesis und da bekommen die wirklich volle props von mir dass sie in dieses segment reingehen und da was anbieten nicht nur als limo sondern eben auch als kombi das ist sehr selbstbewusst das ist genesis das finde ich gut man könnte auch sagen es ist verrückt ob dieses auto jetzt mithalten kann was hier 4 meter 69 ist in der mittelklasse das sehen wir 1 85 breit 1 40 hoch und es gibt drei ausstattungsvarianten dieser motor der hat nur zwei das ist premium das ist die basis ein bisschen verwirrend luxury oder luxus eben und sport hier sport die sportlichste version die passt am besten zu mir das blau bei dem auto mega der designer von dem auto luke donker wolke jesse sagt immer donnerwolke zudem macht aber nix der ist ein gott im vw konzern gewesen teilweise jetzt hier und er hat ein tolles design gemacht ich finde die größeren modelle schick und ich finde den richtig gelungen und er hat verschiedene design elemente sich hergenommen zum einen sind es die quad lamps also diese zwei geteilten lampen hier die mit einer voll led technik ausgestattet sind mega schmal mega schick sehr sportlich aber kritikpunkt es gibt keine matrix led leuchten wie beim wettbewerb muss man einfach ansprechen ich bin ehrlicher auto reviewer was noch tolles ist der crest c rest silver crest das schild hier vorne radarsensoren hier wir haben die kamera nach vorne genesis zeichen erinnert so ein bisschen an chrysler früher oder auch an bentley sehr schick und hier unten haben wir dann noch mal den grill wie er sich hier fängt von vorne sieht es sehr schön aus noch mal hier ein kühler grill noch mal hier ein geschlossenes element das fände ich schöner auf offen schöner und der cw wert ist 0,28 was ganz gutes jetzt würde ich sagen bewegen wir uns mal langsam ins profil von vorne schön lang gezogene haube tendenziell eher kurze überhänge langer radstand mit 2 meter 84 von vorne ein look den man schnell wieder erkennt der schönes der elegant ist der hier auch mit dunklerem chrom auskommt es gibt noch ein glasdach bzw so ein schiebedach für das auto haben wir hier jetzt leider nicht würde ich immer nehmen felgen 17 18 19 zöller wir haben hier die 19 zöller drauf und sport heißt hier haben wir die brembo drauf die hat jetzt 350 millimeter durchmesser vorne in der bremsscheibe 340 hinten serienmäßig ist es vorne 345 hinten 330 die bremse ist toll und bei dem auto wenn man sportlich fahren will sind bremsen natürlich auch wichtig würde ich nicht darauf verzichten normalerweise erzähle ich an der stelle immer wo der akku liegt bei den pfs wir haben hier kein pheft das ein bisschen schade 60 liter tank haben wir hier drin was gut ist wir haben sehr soliden verbrauch da haben wir eine echt hohe reichweite und von hinten ist auch schon schön aber so weit wollte ich noch gar nicht gehen schauen wir uns vielleicht einfach mal diese linie an mit den fenstern die sich hier hinten treffen hinten jetzt nicht abgedunkelt sehr schick hier und ihr habt ja bei uns schon den kombi gesehen dieses teil hier unten ist auch ganz schön so eine kiemen erinnert so ein bisschen an maserati modelle aber jetzt gehen wir mal ans heck und das heck ist für mich echt gelungen das ist natürlich ab hier etwa anders als beim kombinationskraftwagen wir deutschen lieben ja unsere kombis und 330 liter kofferraum volumen interessant der kombi hat es auch und wenn wir jetzt mal hier hinten schauen dann ist es sehr gelungen wieder diese quad lamps hier hinten drin 2,2 liter diesel mit heck antrieb der motor sitzt vorne hinten angetrieben und es gibt bei die allrad modelle die haben dann eine lamellenkupplung die die kraft von hinten nach vorne wieder bringen adaptive dämpfer haben wir hier auch drin optional sind jetzt auch hier drin kann ich euch dann beim fahren zeigen das auto wiegt etwa 1773 kilo so wie er hier steht zieht 1,5 tonnen und was ich schön finde dass man ganz selbstbewusst bei genesis noch die endrohre zeigt schaut euch die töpfe hier an da sind sie ja gefällt mir sehr gut hier hinten dieser kleine endenbürzel auch hier das chrome element alles so ein bisschen satiniert und dann haben wir ein bisschen probleme gehabt den g80 zum beispiel zu öffnen jetzt sind wir schlauer ne gestern standen noch an der klippe heute sind wir einen schritt weiter hier ist die rück fahrkamera und hier genau da guckt man da geht da auf und natürlich elektrisch wie soll es anders sein danke noch mal an die frau bei dies die die pressarbeit jetzt macht für genesis alles perfekt vorbereitet hier drin und an die maddie auch und jedenfalls schaut mal hier rein schön ausgekleidet hier hinten können vielleicht ein bisschen besser lackiert sein aber das sieht man ja irgendwie doppelter ladeboden hier unten könnt ihr noch was verstauen und oder vor der freundin verstecken diese wanne hier könnte man dann auch noch mal raus nehmen schaut euch das gern ganz genau an und das ist schon alles sehr gut gelöst ich weiß jetzt nicht rückbank umklappen mache ich jetzt in dem fall einfach mal nicht weil wer macht das bei der limo das ist auch so ein bisschen gottes lästerung jetzt mache ich hier wieder zu fährt richtig schön zu finde ich ich mag auch die led heckleuchten und jetzt springe ich mal auf die rückbank hören wir schauen uns an wie viel platz ich da hinten auf der limo habe habe ich gesagt auf der limo ich setze mich natürlich in die limo rein alles andere wird echt komisch aussehen ja dunkler himmel hier die leuchten auch sehr schick mit diesem led element dann hier noch mal und jetzt schaut euch mal an wie viel platz ich habe beim kopf ich stehe mit dem kopf an das ist so aber wenn ich so ein bisschen schildkröten mäßig mich einziehen ist es okay nach vorne habe ich monster viel platz und eine echt tolle umsicht ist es sehr hell hätten wir noch dieses glasdach jetzt was noch mal schöner und jetzt gucken wir hier warum gehst du nicht so klappt man das jetzt hier um hier gibt es auch noch mal eine armauflage kleine kannte seht ihr dann hier drin und hier ist sie die armauflage toll hier auch mit dem chrom sehr wertig schick gelöst und da sind wir eigentlich schon bei den setzen perforiertes leder hier wir haben eine sitzheizung die sieht man dann in der tür drin jetzt habe ich jesse rumgeschickt sitze noch mal hier isofix die geben auch ganz soliden seitenhalt für hinten auch die kopfstützen kann man verstellen und die sind toll wirklich dann haben wir hier noch usbc anschluss die sitze von vorne die versprechen schon viel gutes jetzt komme ich mal raus wir schauen noch in die tür rein viele kritisieren das zum beispiel bei so einem vw at und dass da zu viel hartplastik drin ist ist hier nicht so dieses element da finde ich nicht so schick mit dem roten das kann man schöner machen chrom hier lederbezug hier toll gepolstert und ein bisschen hartplastik wenig platz in der tür aber ist auch eine limo und wenn ich jetzt die motorhaube vorne auf muss ich was erzählen in italienach zum beispiel würde niemals sage wille kombi wille kombinationskraft waage ist er hässlich und ein deutscher sagt wieso sollte ich was anderes nehmen wie ein kombi da hinten ist doch mega viel platz das schöne ist ja dass ihr bei genesis einfach selbst entscheiden könnt und genauso ist es auch bei den antrieben zum teil jetzt habe ich mit der kritik an keine e-version warum genesis erst mal keine plug-in hybride version warum denn es ist keine hybrid version aber wir sprechen über das was hier ist und das was hier ja ist erstmal gut denn wir haben vier zylinder wir haben einen zwei liter benziner der hat dann ja entweder 197 oder 245 ps den haben wir hier jetzt nicht die größere version beim benziner gibt es dann noch wahlweise mit allrad die man die kraft von hinten nach vorne bekommt der kleinere hat heck antrieb acht gang automatik ist ja immer drin hier ist jetzt der 2,2 liter diesel sagte er doch nur 200 ps ja aber beim auto was etwa 1,7 1,8 ton wie die nach ausstattung haben wir 440 newtonmeter und damit beschleunigt der hier halt während 7,4 sekunden auf 100 wird 230 km h schnell nach normverbrauch irgendwie angegeben von 6,4 litern und durch dieses drehmoment haben wir wirklich viel spaß hier drin jetzt muss ich als alter autotester profi natürlich schauen dass ich den hier aufbekommen hier ist es zwei streben auch noch mal hier drin vier zylinder natürlich und sehr viel mehr kann ich nicht sagen eine sache noch es wartet ein v6 turbo auf uns der wohl kommen wird mit 370 ps motor relativ bekannt 3,3 liter aus dem stinger ich freue mich jetzt tierisch aufs fahren wirklicher bock deshalb sind wir hier schauen wir uns einfach mal an was der innenraum kann dafür kommt er vielleicht einfach mit mir rein danach wird gefahren ja dann legen wir los kommt ja kommen wir zum innenraum und die frage die es jetzt beim auto was in korea gebaut wird zu beantworten gilt ist es jetzt die krone der erschöpfung oder ist es einfach nur ein innenraum das machen wir jetzt zusammen und man beginnt eigentlich ja bei den sitzen bei der tür bei den materialien aber wir haben hier eine ausstattungs liste mit den zehn besten features das ist zum einen autobahn assistent an 10,25 zoll infotainment display 12,3 digitales kombi ein toter winkel assistent beim blinken hier den zitter jetzt noch nicht so gut eine lexikon anlage hier drin eine rückfahrkamera ausweich assistent intelligentes licht brembo bremse und funktionssicheres aussteigen ganz schön viel das sind ja nur die highlights aber jetzt sprechen wir über die weichen faktoren und das sind nun mal auch die sitze schaut euch das hier an man kann die kühlen man kann die heizen geben tollen seiten hat das ist spannend weil wenn man jetzt hier auf eco stellt habe ich relativ ausreichend platz bei meinen hüften stelle ich allerdings auf sport plus dann zieht die seiten backen hier an und dann merke ich auch corona ist auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen vielleicht den ein oder anderen rotwein abend jedenfalls ist es toll weil die so ein bisschen zu packen ich kann auch auf dieser seite hier die sitze in der neigung verstellen oder nach vorne und hinten fahren und das kann ich auch von hinten machen kennt man vieles auch von hyundai was da gut das wird übernommen ihr könnt auch hier ja die kopfstütze verstellen ganz hoch ganz runter ich mache sie mal wieder runter weil sieht ja sonst doof aus tolle sitze wirklich bequem und hier vorne habt ihr dann heizung oder kühlung für die sitze lenkradheizung schon gut genesis steht ganz stolz auf der fußmatte und jetzt schauen wir mal in den himmel rein der ist ganz schwarz und in die tür können wir auch mal gerne schauen und da ist natürlich materialverarbeitung und qualität echt toll mit dem leder sehr gepolstert alles mit diesem ja chrome vorne was so eine maserung da drin hat mit der lexiken anlage da ist schon richtig gut und wenn einem die tür gefällt dann spricht man natürlich auch über die ablagefläche in der tür die ist nicht sonderlich groß muss man wissen aber hier das dashboard vorne ist natürlich hier mit weichem leder bezogen ist hier vorne mit diesem kunstleder weich hier unten noch ein bisschen hartplastik im handschuhfach jessis maske noch drin und ansonsten relativ dick die mittelkonsole hier wird allerdings dünner hier haben wir eine induktive ladebuchse fürs handy usb stecker hier 12 volt stecker auf der seite schaut mal hier das schon cool wirklich gut gelöst hier so ein schiebregler für die gänge dann mit einem p für parken hier können wir die fahrmodi ändern dann ganz bequem über so ein drehregler dann ändert sich auch die grafik jeweils ja dann haben wir hier eine 360 grad kamera schaut euch das an seht ihr dann hier die können wir hier aktivieren hier haben wir ein kleines fach für getränke und schaut mal hier der genesis schlüssel wenn man den auf den tisch schlägt könnte so ein bisschen aussehen als hätte man nen bentley jedenfalls hier haben wir noch mal usb anschluss was ganz praktisch ist und ich sitze hier toll drin heißt ja ich kann hier elektrisch schon mal elektrisch das lenkrad gute feine herren weg das lenkrad kann ich das lenkrad verstellen und jetzt würde ich sagen kommt die meistens liebe jessica mal rein und wir sprechen eben über jenes lenkrad er dünn trotzdem wirklich gut verarbeitet wir haben hier perforiertes leder in der grisfläche drei speichen wunderschön das genesis logo hier drin sprachsteuerung hier lauter leiser geht hier auch noch schaut gerne mal auf den pralltopf wie schön dieses logo hier verarbeitet ist und und dann haben wir hier die steuerung fürs digitale cockpit da vorne so nah müsste jetzt auch nicht kommen und erst mal da oben haben wir ein head-up display toll im sichtfeld bei mir da sieht man dann geschwindigkeit navigations ansagen und was jetzt interessant ist das ist dreidimensional ich hoffe ihr seht da müsst ihr aus verschiedenen winkeln arbeiten das kann man allerdings auch ausstellen machen wir später hier kann man so ein bisschen durch tippen da kann man dann verschiedene daten sehen ich finde es immer ganz gut wenn man da nah dran ist dann sieht man das gut den füllzustand vom urea oder wie andere hersteller das nennt ad blue eine verkehrszeichen erkennung da habt ihr echt viele möglichkeiten auf der seite könnte noch einen kofferraum aufmachen die tankklappe vom 60 liter tank schon ganz cool ich mag dass ihr hier unten für die klimasteuerung noch drehregler habt für die stärke eben hier oder ja jeweils dann die wärme hier eben sitz heizung sitz kühlung umluft ist hier wichtigste knöpfe haben wir hier das ist zum einen die karte das ist ja noch mal das navi das ist dann das radio das ist media das ist was was ihr euch selbst bestimmen könnt und setup das ist gut weil manchmal hat man eben nicht lust bei der fahrt alles anzuschauen und davon gibt es hier wirklich eine menge start stopp knopf ist hier da habt ihr hier karte zum beispiel und das seht ihr mal wie schnell dieses system ist wie gut es funktioniert touchfähig natürlich sowieso apple kabel android auto natürlich hier auch drin sprachen notizen klimaanlage sieht dann so aus radio medien in welt modus hab da mache ich nicht sollte die auch nicht machen man gibt sein auto nicht aus der hand zum parken aber es kann das ja dann habt ihr hier live parkplätze zum beispiel auch und jesse hat es total an der lippe sie braucht einen labello ganz dringend hält auch die kamera immer noch in meine kamera weil sie weg machen und hier sieht man jetzt die live tankstellen wo wir ihr gleichen labello kaufen können das ist ganz spannend und hier geht es dann zurück einstellung ist noch spannend zum fahrzeug wahrscheinlich am meisten fahrmode also hier haben wir dann die assistenten das ist richtig viel querverkehr war nach hinten ein ausstiegswarner haben wir zum beispiel auch hier kann man diese seitliche sitz verstärkung an und ausmachen den segelmodus an aus den sound vom motor aus verstärkt normal samt head up display kann man die anzeige dann beeinflussen je nachdem wie man das will inhalte auswählen geht dann natürlich auch noch da könnte alles irgendwie rein projizieren zu viel ist auch nicht gut wie immer im leben zu den sitzen noch was machen zu den leuchten zur tür zum komfort und ja farmo die habe ich euch hier gezeigt fahrassistenten kombi instrument war noch wichtig 3d cluster da seht ihr das mal könnt ihr normal machen da schaut jetzt mal vor das ist normal oder könnt ausstellen dann hat man kein 3d mehr 3d hat eben den nachteil dass es vielen da müsste wieder vor gucken ja eben schwindelig wird wenn man das an oder noch mal vorne schauen aus hat so jetzt habe ich euch echt viel gezeigt zu diesem infotainment hier geht es wieder zurück es gibt noch knöpfe hinweise was jetzt natürlich entscheidend ist in diesem video ist wie fährt er sich wie göttlich ja jetzt kommen wir zum fahren endlich ich mache den genesis hier an ihr schaut mal nach vorne wie schön das genesis zeichen da rein fährt fühlt sich richtig erhaben an ich mache wieder aus das fährt nämlich dann auch wieder raus damit ihr unten jetzt auch mal schauen können wie das andere hier angeht hier übrigens eine kamera noch zu mir so funktioniert das dann hier vorne dreht sich einmal farmo die wählen wir jetzt noch den modus dann nehmen wir mal komfort am anfang und ich habe ein bisschen mehr platz in komfort jetzt bei den hüften hier ziehen wir nach hinten und jetzt fahren wir mal los und erst mal merken war für 200 ps hat er relativ viel antritt warum eigentlich es sind halt 440 newtonmeter jetzt machen wir noch eine sache wir schalten meinen sport plus da geht nämlich es sie aus nämlich muss eine sache aufgefallen hier so wenn man jetzt in die kurve fährt dann kommt das heck ganz schön rum dann muss man auch relativ schnell gegen lenken deshalb schalten wir jetzt einfach mal den normalen sportmodus beschleunigen also ein bisschen durch hier auf dem parkplatz damit ich euch das zeigen kann jetzt das denkt man nicht dass der so nach vorne geht man kann auch an den paddeln hier schön eingreifen und dann haben wir den fahrwerks entwickelt getroffen und der hat gesagt ich schaue ihre videos nicht so ist unsere videos und toll aber bitte geht mal aufs fahrwerk ein wie das ist jetzt habe ich ihnen komfort gestellt drehe erst mal hier das ist der wendekreis der ist okay es reicht nicht in einem zug rückfahrkamera ist jetzt hier drin schaut euch die an dies richtig gut noch habt ihr dann auch verschiedene winkel die ihr einstellen könnt und jetzt fahren wir in die andere richtung und sprechen über das fahrwerk es gibt ja sperrdifferenzial wohl optional für die hinterachs macht ja sinn weil der antrieb ist hinten brembo bremsen haben wir hier drin die ich bremse mal kurz völlig die echt ganz gut funktionieren für dieses auto die sind großartig und fahrwerk ich bin den gefahren der hat die adaptiven dämpfer hier drin die sich ja verändern und bei den größeren modellen haben wir hier die kamera die nach vorne die straße ausmist und dann naja eben schaut müssen wir die dämpfer vorhärten vorweichen wie ist das und hier drin ist es ganz spannend weil da haben wir dieses system nicht nur die adaptiven dämpfer nicht dachte das sei drin weil das auto so solide abgestimmt ist und die spreizung hier aus sportlichkeit auch mit dem sound wenn man jetzt mal schnell um stellt hier hin zu dann komfort ist wirklich ganz gut jetzt bedanke ich mich beim parkwächter hier der sie reingelassen hat und jetzt fahren wir mal hier auf die straße und was man merkt ist das auto ist ein langstreckenmeister eine tolle sitzposition gleich hier drin eine tolle beschleunigung vor allem guten verbrauch was interessant ist ich habe jetzt hier vorne das 3d display ausgemacht weil mir wird es auch manchmal ein bisschen schwindelig dabei jedenfalls ist er ja angegeben mit 6,4 litern verbrauch und ganz ehrlich leute jetzt wollen wir auf eine ampel zu pf oder ein hybrid hätte den vorteil andersrum dient er der e-motor generator und lädt einen akku wieder aus haben wir hier allerdings gar nicht also verpufft die energie allerdings diesel als pf macht mercedes macht es sehr viel sinn ich weiß es nicht jetzt schalten wir mal noch in den sport modus und im sport plus modus wird es echt dann ein bisschen enger um die hüften weil die backen von den sitzen da so reingreifen also sport modus und jetzt fahren wir da vorne auf eine straße und ich zeige euch mal eine sache die mich fasziniert bei dem auto nämlich wir beschleunigen mal auf 100 durch das ist faszinierend 200 ps sind wirklich eigentlich so viel aber eben 440 newtonmeter also drücke ich hier bremse und jetzt beschleunigen wir durch und jetzt sehen wir auch schon dass die anderen autos vorne näher kommen und schaut euch das an 7,4 sekunden auf 100 wahnsinn stehen geblieben bin ich beim verbrauch was haben wir gebraucht wenn man jetzt vielleicht in den eco motor schaltet kann dieses auto ja auch segeln haben wir wirklich 6,6 liter verbraucht damit kommt man ja beim 60 liter tank knapp 1000 kilometer weit ich bin also ein typ ich quetsche diese autos bis auf den letzten tropfen aus weil ich nie bock habe auf der autobahn tanken zu gehen nie nein nicht jetzt sprechen wir über die automatik ich kann hier eingreifen acht gang bin quasi selten bis nie verwirrt unterwegs auto hat auch eine enorme spur stabilität wenn ihr euch das mal anguckt bremst auch gut dann wieder ein hier außer ihr macht natürlich sport plus dann sind die stabis alle raus jedenfalls kommt man dann knapp 1000 kilometer mit dem auto weit und spannend ist dann natürlich noch hier sport modus einmal beschleunigen war noch mal weil im grunde ist das der motor zu dem ja dann tatsächlich jetzt auch genesis so ein bisschen geraten hat weil sie finden das ein guter mix eben aus verbrauch und dynamik und ich bin auch ein großer diesel fan das macht mir hier drin spaß was ich jetzt mache mit euch noch ja ist cruise control rein haben wir hier die geschwindigkeit drin wenn wir noch den lenki bis es drin haben dann hält er die spur hält den abstand zum vordermann warnt mich dann irgendwann da vorne kommt jetzt eine ampel das wird dann nicht erkennen da muss ich noch selbst bremsen und das macht dann schon richtig viel spaß aus meiner sicht weil ihr könnt auf der autobahn ja einfach mal hier die hände vom lenkrad machen könnte man nicht ganz so aufmerksam sein und habe dann ein wahnsinnig gut gedämmtes auto auch hier drin das ist schon beeindruckend wie viel luxus hier in die mittelklasse gepackt wird mit vielen assistenten querverkehr warner hinten toter winkel assistent zum beispiel auch beim aussteigen wird jetzt was kommen wird er einen warnen wie jetzt hier auch und das ist dann schon wirklich gut aus meiner sicht und was ich jetzt mache ist mit euch mal noch mal den sport plus modus rein wir stellen denn mal hier an dass ihr mal sehen wie schön der sich dreht hier mit dem heck antrieb da kann man nämlich ja auch richtig viel spaß haben damit hat er sich jetzt nicht gerechnet ich fahr zurück und da gibt es nicht ach so bevor ich vergesse blinker viel zu früh ganz toll hier dieser toter winkel warner hier in den blinker integriert haben wir euch auch bei tik tok gezeigt und jetzt gibt es dann wirklich mein fazit aufregendes auto kommen wir zum fazit ich bin ja euer autotester das vertrauens man nennt mich auch mallorca jan weil ich hier in der sonne jetzt hat was göttliches moment für mich und euch interessiert ja sagen wir jan wie ist jetzt dieses auto was hältst du davon durch dieses klatschen seit er wach geworden ja ganz ehrlich bin angetan ich weiß natürlich dass der es schwer hat in deutschland dass viele sagen werden ja wieso sollte ich nicht mein 3er bmw kaufen den kaum schon immer wieder sollte ich nicht meine a4 kaufen weil ihr mal was anderes wollt vielleicht fahrt er den mal probe ruft den genesis personal assistant anschaut ob der sich wirklich um euch kümmert warum mallorca jan die farbe vom autor ist mallorca blue wie geil ist das ich wollte immer ein auto haben das mallorca blaue farbe hat ich würde mallorca jan gern mit mallorca blue verheiraten aber jetzt sind wir mal ehrlich die optik hier die ist toll durch design genau das was man quasi bei so eine mittelklasse premium modell sich erhofft zurückhaltend trotzdem präsent toll der innenraum der ist schick das wertig technisch sehr gut nicht überladen man kann fast schon von digital detox sprechen ein paar gute ideen bei den motoren haben wir gute motoren aber es fehlt mir ein bisschen an hybrider oder plug in hybrider varianz und dann geht es natürlich bei so einem auto sind wir mal ehrlich auch um preis nicht nur um den kaufpreis sondern auch im leasingpreis aber sprechen wir erstmal über die listenpreise und jetzt beginnt dieses auto mit dem kleinen unter 100 200 ps starken benziner ja bei 39 1100 euro das ist krass für die mittelklasse überlegt mal wie groß der ist dann hat man auch schon recht viel drin die drei ausstattungsvarianten habe ich euch genannt hier haben wir jetzt sport drin haben den 2,2 liter diesel ich würde euch den wärmstens ans herz legen der hat zwar nur 200 ps aber viel drehmoment einen echt guten verbrauch ich bin fan von diesem motor ich bin ja generell auch diesel fan ja was kostet er jetzt der beginnt in der premium line bei 41.500 euro ja und 45.710 euro da beginnt er hier in der sportline als luxuslinie gibt es den jetzt nicht und so wie er hier steht mit den extras liegt er ja bei 52.930 euro die lackierung sehe ich hier kost 820 euro das ist echt okay was ihr da bekommt vielleicht sogar so ein kleiner geheimfavorit hidden champion preis leistungs meister wer das weiß ist unser kooperationspartner goleasy die brauchen die lichtliste nicht denn die wissen sowieso alles was machen die jungs die vergleichen für euch unter den etablierten leasing anbietern ja und suchen den garantiert besten leasing preis für euch raus schaut da gerne vorbei ist eine gute sache hier seid da gelandet bei bei mir haben wir haben die karte jesse steht hinter der kamera da gefällt sie euch weniger gut wahrscheinlich mir gut ich sehe sie ja sie zaubert euch ein video jeden tag und oder ich abonniert den kanal macht euch glücklich unsterblich zu den review zuschauer goats und den schöpfungskronen der automobilen zuschauer oder so bis bald in einem anderen zirkus tschüss